Hier ist mein Tipp für dich. Bevor du mit dem Coaching-Prozess startest mit deinem Mitarbeiter, hol ihn zu dir her und stell ihm die W-Fragen. Wo will er sich verbessern? Was kann er schon? Was weiß er schon? Wie will er sich verbessern? Und werte dann diese Fragen genau aus. Dann kannst du ihn da abholen, nämlich dass er genau dann ein Coaching bekommt, was er auch wirklich will und wo er sich wohlfühlt dabei. Stelle dann einen Plan auf mit ihm zusammen und leg das Ganze nochmal zeitlich fest. Und wenn du darüber mehr wissen willst, dann ruf mich einfach an und wir quatschen drüber 30 Minuten lang und das Tolle ist, das Ganze ist für dich kostenlos.